Fluglose Bodenbearbeitung steht derzeit hoch im Kurs. Auch das Team von HP Biogas setzt bei der Triticale Aussaat auf den 5 Meter breiten Amazonik-Rubber. Das Duo aus 2MF-8000S muss in den kommenden Tagen viele Hektar Fläche bewältigen. Seit diesem Jahr ergänzt deshalb eine Anbausee Kombination mit 6 Metern Arbeitsbreite den Fuhrpark. Der 2,2 Kubikmeter große Saatguttank an der Front sorgt für eine verbesserte Achslastverteilung und bessere Befüllmöglichkeiten. Dennoch muss der Heckkraftheber des 380 PS starken Traktors das Gewicht der Kreislecke und Sähmaschine von stolzen 5 Tonnen heben. Bis zum nächsten Mal! Der Grubber arbeitet je nach Bodenbeschaffenheit auf einer Tiefe von 25 Zentimetern. Unter den extrem trockenen Bedingungen 2023 ist die Bodenbearbeitung eine echte Herausforderung für Traktor und Verschleißteile. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017